ein wunderschönes hallo zu seven days to die wir haben mal wieder eine sehr lange aufnahme session wenn ich also etwas müde erscheinen seid mir nicht böse wir sitzen immer noch was hast du denn da das zerlegen aber so dass er richtig metall gibt das sieht so dämlich aus aber gut mach du mal wir sitzen immer noch in unserer guten bude warten darauf dass die nacht ein wenig nachlässt noch hat mir kein zombie besuch das freut mich sehr oder regnen ist nach ein segen für die ohren und ich krieg hunger aber ich habe für sie das kann ich essen ja sehr gut und wir müssen dann mal gucken wie wir weiter zu rande kommen ich habe halt leider in vor ein oder zwei folgen meinen schönen rucksack verloren wo so viel zeug drin war das ärgert mich immer noch ein bisschen es ist aber in der nähe von dem haus das wir ja aufgezogen haben also vielleicht finde ich ihn irgendwann mal wieder und dann freue ich mich umso mehr positiv denken ahornsamen können wir in der hütte einen ahornbaum bauen das wäre doch witzig machen wir hier draußen ein baumhaus genau nicht immer so dass das haus im baum sitzt sondern dass der baum im haus sitzt wäre auch interessant oder flackerts ach so das war ein blitz sehr gut ich nehme mir hat meine fackeln wieder mit du kannst keine anderen fackeln bauen oder ich habe kein zeug dabei oder fällt mir ganz dringend ein bevor ich irgendwas anderes mache baue ich mir einen schlafsack bevor ich wieder irgendwo spawne und ich habe zu wenig pflanzenfasern hast du noch zwei pflanzenfasern für mich ja wunderprächtig und die werden jetzt auf einmal angezeigt interessant so warte da sieht so dämlich aus okay das war ja mehr als genug dankeschön du hast deinen schlafsack jetzt draußen hingebaut okay ich werde jetzt aber nicht rausgehen nicht dass ich irgendwelche zombies anziehe deshalb baue ich den hier irgendwo hin so weit kann ich denken das ist wahnsinn der brüller ist hier ja schön ja der brüller ist ich glaube hier mal ewig auf dem eisenrohr rum ja denke ich okay kriege ich vielleicht eisen dann zack ist auf einmal weg habe ich ein messingwasserhahn hier im inventar um ihn dann irgendwo wieder hinzubauen toll also hast du nichts gewonnen durch das ganze jetzt ja prima ja ein messinghahn zum abbauen und ein messinghahn was ich jetzt zerlegen konnte ja gut das baue ich lege ich alles mal weg das brauche ich jetzt nicht unbedingt und ich baue den schlafsack doch hier oben hin das ist wieder ein bisschen sicherer auch wenn das schön aussieht aber gut nehmen wir den noch mal mit so so oh hunde was für hunde zombie hunde jo jetzt ernsthaft können die auch mal aufhören ich dachte wir hätten das spiel auch vielleicht eine stufe leichter stellen können nein 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 so ständige hätte man dann wenigstens nicht gehabt alles gut das kriegen wir schon hin sonst wäre es ja zu einfach dann bringt es ja auch nichts aber hunde das ist mhm die hast du hast die noch nie gehabt diese nein die hatte ich an zu ihr angefangen haben ständig egal wo ich war immer kam die blühten hunde ach stimmt da wurde es ja auch so ein zwei mal schon mitgenommen von denen ich weiß es nur von manch anderen spielen dass hunde halt einfach nervig sind weil sie sehr schnell sind und nicht und dazu halt klein schnell klein und bissig das ist eine blöde kombination um zu überleben jo das ist nur so ein querbalken ne das ist nicht eine etage ne ok aber gut die hunde machen scheinbar nichts die haben wir jetzt nur mal gehört die kommen nicht hier her immerhin mhm oh leere leiche vielleicht können wir die auseinander nehmen ja ja geht das ja ja du klopst aber auch noch den üblichen Brei raus oder kommt da was bei rum muss ich gerade mal gucken nee verrottetes Fleisch und ein Knochen das war jetzt naja hat sich jetzt nicht gelohnt nee nicht unbedingt ich finde das so blöd dass die Fackel immer in den Rucksack gepackt wird standardgemäß ja so dann packe ich mal das verdorbene Fleisch hier rein nicht dass ich auch noch irgendwie rieche oder irgendwas von den Spesen ich habe immer noch ein Ei in der Hand ich höre schon wieder irgendwie Zombie gefisselt fizzle oh das ist nicht gut hier steht er versteckt bei mir steht gespürt ich weiß nur nicht ob ich was spüre also eigentlich werde ich gespürt aber es ist schon irgendwie merkwürdig ah das war vielleicht eine blöde Idee ich bin ans Fenster gegangen danke bitte ich verstärke hier mal die Sachen ach was ist wenn ich die Geräusche richtig deute wird gerade ein Zombie von einem Bären auseinander genommen ja sehr gut habe ich nichts gegen können wir zumindest weg vom Fenster gehen dann sind sie anderweitig getriggert und so lange ist es auch nicht mehr bis endlich wieder Tag ist und die Zombies zumindest einfacher werden ich kann ja nochmal gucken ob die Skillpunkte oh ich habe einige Skillpunkte zu verschenken zu verschenken? ja zu installieren ok ja komm nehmen wir das mal mit dann haben wir noch 5 ja probenschießen ja komm nehmen wir nochmal 2 mit stumpfe Waffen ja ist jetzt nicht so viel dann nehmen wir nochmal 3 mit so oh wir haben einen Bären in der Hütte ein Zombie in der Hütte jetzt geht es wieder rund hier wieder dabei ja hilf mir mal hilf mir mal da so immerhin haben wir die hinüber und jetzt lässt auch der Bär hoffentlich ab von der ganzen Geschichte hier sieht fast danach aus ok so dann ist sie hier durch die Tür gekommen Mist kriege ich noch schnell eine Tür gebaut oh das hört sich nicht gut an fertig was denn ich bin hier runtergefallen ach ich dachte schon das wäre was Schlimmes ja ich bin jetzt runtergefallen ja das interessiert mich doch nicht so dann verstärke ich das hier nochmal und das vielleicht hier oben nochmal so die hat jetzt einfach mal die Tür eingekloppt obwohl sie die ganze Zeit vom Bären verfolgt wurde aber vielleicht kam der die Treppe nicht hoch das sehen wir dann ja naja ne weil jetzt auf einmal dann der Bär auf der anderen Seite stand die Tante hier drin war was macht der denn ok vielleicht können wir dann darüber flüchten weißt du ich wüsste nicht unbedingt wie und wohin aus dem Fenster raus oder was ja das sehen wir dann interessant ja ich dachte das weißt du naja das kenne ich ok ach genau hier wollte ich nochmal schauen komm die erstmal jetzt ist leider ein bisschen wichtiger so und es ist Tag geworden immerhin schön haben wir das überlebt was wollte ich dann noch machen ich hatte gerade noch was im Kopf was ich machen wollte aber das ist mir jetzt schon wieder entfallen in den Kopf und raus aus dem Kopf ja ich bin nass das ist nichts neues so da ist der dicke Bär den greifen wir mal lieber nicht an also jetzt weiß ich ich wollte gucken was dieses Journey to Settlement ist aber irgendwie ist das jetzt auch wurscht das fiese beim Regen ist natürlich dass man die Schritte noch weniger hört aber gut ich latsche jetzt trotzdem mal hier ein bisschen rum vielleicht finde ich noch irgendwie Stuff was man nutzen kann ich brauche auch was zu essen und ich weiß nicht ob das so sinnvoll ist so lange hier zu bleiben oder nee nee wir sollten jetzt gleich zurück gehen ja 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 dann gehen wir doch gleich zurück jetzt ist der Tag gerade angebrochen jetzt haben wir noch den meiste Power und dann können wir uns dort auch wieder was zu essen kochen dann haben die Chance meinen Rucksack wieder zu finden und all so Zeug wollen wir die Sachen wie Pistolen und so weiter mitnehmen oder hier lassen ja 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 nehmen wir besser mit da ist ja die Bär ja ich weiß warum triggierst du den denn hier her ich hab den Nürnz vorhin gedrückt hat alter ey sollte mich auch so jaaa schuldig ich hatte ich hatte nen Zombie vorerledigen müssen deswegen kam ich hab mich ganz auf den Schritt verachtet immerhin bin ich die Infektion jetzt weg ist doch was schönes immer positiv sehen das ganze hast du den angesteckt ja ich hab den angezündet blöder Bär ja gut so dann kann ich auch gerade mein Zeug hier mitnehmen achso machen wir so rum geht schneller dann lass ich den Schlafsack einfach da und wenn man den ja aufnimmt und wieder neu setzt dann ist das ja wieder der Spawnpunkt wenn ich das richtig verstehe was machst du Bär erschießen warum warum vergeudest du die schönen Munition für Fleisch ja aber es ja dann mach halt einfach du wirst sehen was du davon hast ist das so ein Bär? ja ich hätte die Munition aber aufgehoben für etwas gefährlicheren als ein Bär Munition kann man ja selber herstellen ja dennoch leidet ja die jetzt hör doch mal auf mit dem Krach ist er jetzt hinüber oder nö ja was ich sagen wollte ist dass die Pistole ja auch leidet und die haben wir nicht ewig und wir haben noch kein Handbuch gefunden oder irgendwas dergleichen du hast ja recht aber so viel zieht das jetzt auch nicht ab anscheinend ja Junge was der einsteckt ja ja das ist halt ein Bär geh weg ich hab ein Bär im Arsch ja mal wieder ich kann doch mal gucken ob ich ihn anzünden kann ja guck mal du hättest auch mal die Tür zumachen sollen Witzbold ja mach ich meine nächste Runde da haben wir den Bär im Haus jetzt brauchen wir hier die Champions-Musik ich komm auch nicht hinterher der ist sauschnell der ist sauschnell ey und der kann überall lang und das ist unglaublich warum machst du denn auf einmal die Tür zu jetzt hab ich ihn am Arsch ja danke bitte und ich hab keine Ausdauer mehr weil ich die ganze Zeit hinterher geraten und den Bär anzünden wollte oh das ist doch scheiße Mann ich hab die Tür wieder aufgemacht der Semmelkopf verplempert da die ganze Munition und ich hab's dann wieder muss es dann wieder ausbaden ahhh also Munition können wir ja herstellen das ist kein das ist mir jetzt shit egal und ich meine ich wollte halt ausprobieren wie gut wie viel die abkann das ist mir jetzt scheißegal scheinbar ist das ja nicht viel das ist mir jetzt alles warum lauf man nicht wieder zurück zu nem alten Haus ja gute Frage so ey ach Hinterlüx und ich hab nur neun Hinterlüx oh du hast nur neun das wusste ich nicht der Bär steckt ihn in der Tür fest scheiße ja dann mach den doch kaputt ich hab ihn ist er tot ja ich hab den Bär tot gemacht das hat sich jetzt gelohnt ja dann schneid ich hab ein Jagdmesser warte dann schneid ich auch achso ok na komm naja so viel Stuff gibt's das auch nicht ey das hab ich erwartet irgendwie ok lass mal den Witzbolter mal rumeiern wir gehen jetzt mal zurück ich komme ja das befürchte ich ich hab ein Bär erledigt ja schön hat fast nix gekostet ja ja genau ähm warum find ich jetzt warum wird das nicht mehr angezeigt vielleicht was von der Fahne verdeckt ist hm was denn na die Wegmarkierungen werden nicht mehr angezeigt aus irgendeinem Grund ach ne das ist immer noch da ok so wo bist du denn jetzt das sag ich dir nicht nachher bringst du wieder nen Bär mit verstehe ich so da ist nix drin toll wir können eine lange Strecke gehen dann laufen wir den Weg vom Haus zurück bis zur Straße und dann weiter dass meine Straße entlang verstehe ich nicht wo bist du denn komm ich helf dir nein 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 ich verdurste eh grad merke ich ja ich hab was zu trinken dann komm zu mir ja wo bist du? hier wo bist du? toll ne wo bist du? sag ich bin denn du bist du noch beim Haus? nein ja grob in der Nähe ich bin hier oben auf dem Berg beim Haus ja ich auch wo denn da? hallo? ja wie soll ich das beschreiben? wo der Berg kalt ist? am besten mit Worten ja schön fällt mir schwer also ich gucke jetzt auf den Eingang vom Haus da da bist du ja ok da seh ich dich so super dann komm wir hier auf den Weg na komm du zu mir du brauchst was zu trinken jaha aber was wollen wir denn? jaha komm ich skipp mal schnell her na ja jetzt auf einmal wieder schnell ja so 0% ja dann nimm's doch da cool hat's rum ja hab ich's jetzt jo trinken du wolltest auf diesen Weg und dann gucken wo uns der hinführt genau siehst du ja auf der Map dass der in nichts verschwindet und die Straße und der wird irgendwann zur Straße kommen ok dann gehen wir hier doch lang mal viel neues Gelände erkundet wenn wir das so machen ich friere ich auch ne ich reine nicht so aber ich heile nicht wenn ich hier so ja da können wir mal wieder schön Müll luden Leim da können wir schön schnüffeln äh äh vorher lesen ne du meinst ja diesen Weg hier warte ich seh grad nichts aufs Inventar im Bild ach warte bleib einfach stehen bis ich dich seh dann weiß ich weiter ob du will richtig reden Mist ja ja ich versuche erstmal einen Hirsch zu erlegen ja genau diesen Weg meine ich wie kurz frisst der denn? Fastfood Hirsch ja dann genommen ja wirklich ja was oooh so ein blödes Vieh aber der achso achso das führt dann zu dem anderen Weg ok dann gehen wir aber dann den langen Weg aber diese Tole ist echt mega lame lame oder die Bären sind unnatürlich stark lehm? lehm lehm warum? keine Ahnung alles blöd und mit diesen schönen Worten beenden wir diese Folge sehr schön ja aber ja es bleibt einfach spannend wir kommen hier wie gesagt ich hör auch auf das zu sagen es ist es ist halt einfach so wie es ist der Typ freundet sich mit Bären an schmiert das dann an uns ab obwohl man ihm nur helfen will wie auch immer vielen Dank fürs Schauen euer Kvn 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 Kvn